...Ihm nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Vorsichtig. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Gibt's einen Weg raus? Nein. Aber ich hab vielleicht was Nützliches gefunden. Vorsicht. Wir brauchen keine Aufmerksamkeit erregen. Hat geklappt? Wollen Sie da raus? Halt! Befreien Sie mich. Ihr kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jakob. Lara. Nehmen Sie das. Als wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Ich habe eine Einstacht. Sie haben eine�� yourselves. Die Einwohner du hast. Ich bin immer in der Nähe. Ich bin immer in der Nähe. Was ist das? Ich bin immer in der Nähe. Wir haben uns hier raus. Ich habe eine Überraschung. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Ein silbernes Zigaretten-Etui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Das war ein Arbeitslager. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie haben unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Hier, wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Jetzt müssen sie die fragen. Wir müssen weg. Dir ist es nicht sicher. Was ist das? Was ist das? Welche Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen? Und, was dann? Wir haben sicher. Wir haben sicher. Wir haben sicher. Wir haben sicher. Womit ich, hab's gleich. Das war's. Kann losgehen. Okay, machen wir das Ding raus. Konstantin will ein Krieg oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Moment mal, das liegt mir an. Ich habe es nicht. Dann wieder niedrig die sich gelaufen. Wäste nicht nur, die sind. Ich denke, wir haben sie wieder 가능, Ich bin nicht nur. Ich bin nicht nur, doch. Okay. Ah, das ist doch. Wenn nicht nicht nur, ich bin. Ja, das ist doch. Oh, come on. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Das ist das? Oh, 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 oh. Ah! Lepo 1 Lepo 1 Ah!